Dallin Rogers, seit Anfang 2021 für Spindler als Gebrauchtwagenverkaufsleiter tätig. Deutschland, keine Frage. Ich bin in England geboren. Vormittags Kaffee, abends Tee. Eindeutig Lederhose. Steht mir besser. Leider muss ich sagen, Nürnberg. Aber noch, sagen wir mal so, Würzburg wird das bestimmt mit der Zeit ganz sicher ausgleichen. Da bin ich mir sicher. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Eindeutig der Klub. War jahrelang ein wichtiger, heißer Klubfan. In Nürnberg sagt man, der Klub ist ein Depp. Momentan kochen. Wenn Corona vorbei ist, bestimmt verstärkt essen gehen. Fußball. Bei Formel 1 schlafe ich immer ein. Eindeutig Automatik. Schalterei bringt einen um. Coupé. Jetzt natürlich wieder Audi. Für drei Jahre habe ich meinen Abstecher zu den britischen Marken gemacht. Audi hat schon was. Also muss man sagen, vier Ringe sind halt mehr als eine Katze, würde ich sagen. RS3 oder R-Golf? Hauptsächlich Berge. Strand ist ab und zu mal nett, aber hauptsächlich Berge. Auch wegen dem Skifahren. Gute Frage. Wellness nach Action. Das ist die beste Kombination. Beides. Aufstehen. Duschen. Tee trinken. Ab und zu rasieren und dann in die Arbeit. Guardagin. jedoch nicht mal ganz. Aber wir fangen alle. Wir sprechen. Wir klicken nach Action is89. Das finde ich pozwitatif. Wirklichkeit. Und ich modifikate. Wir machen einfach nicht ohne께. Und dann innovations 짓 place. Vielen Dank.